Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Show Battlefield Play for Free Part 15 Heute ist Andi wieder im Live-Kommentary Dazu auch noch Nico und Lukas Hallo Ah gut, also die beiden zu dem Gegner-Team und ja Hallo, komm mal Also Andi hat jetzt gerade auch noch seinen neuen YouTube-Channel aufgemacht Du wirst natürlich auch Videos wahrscheinlich vom Play for Free hochladen hier Und vielleicht noch, keine Ahnung, Infestation oder sonst noch was Ja, also ich packe auf jeden Fall den Link zu seinem Kanal in die Beschreibung Da sind jetzt zwar noch keine Videos drauf Aber nur damit ihr schon mal den Link habt Ja, komm, komm, die muss da hoch Ja, okay Also, ja Ich spiele hier mit der XM8 AR für den Medic Auf kakanschlimm-Stormangriff Ähm, ich glaube, Andi, du hast deine Waffe dabei, ne? Ja, ich hab die so auf Ah, okay, du hast ja auch dabei, okay Ich hab's probiert, damit gerade hochzukommen, aber jetzt geht da mal Die Granate auf Boden, wir haben den Ah! 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 Da unten stehen die alle, scheiße! Ah, wo? Ah! 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 Ah, Mann Ah! 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 in der Klinik auch noch und er soll ich doch hier hochkommen ja ich dachte er hat aber auch noch wenigen ja passt schon ja ich gehe wieder runter der Rundbombe aber vorher 9 9 es war über die Gruppe aber sehr gut aber weitergeht weil ich nicht mehr von dem stört der dritte und über die straßen gehen ob da vor allem steht es halt auch ein paar anliegt die Störer auf die auch nach der Stauernalder ist auch noch die Korinther auch noch kommen ja ich habe ihn aber gut also warte abwarten NDR nein das kann zwar nicht sein da haben wir aber er das ist scheiße 8 zu 1 Prozent wieder ganz hinten wir müssen auch wo wir müssen und ich bin ungefähr fast bei dir das war anwenden ein da kommt ein paar und zwar scheiß doch die er will das nicht warte ich bin scheiße scheiße ich bin ich richtig fach doch nicht wo es mal so wie ich jetzt gestorben war bei c oben das ist nachhaltig rot beim Sniper und haben wir uns in die Brüder so bist du bei einem neuen 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 mal in die Aufmerksamkeit abgab ich war die Lüge wenn die Runde jetzt schon wieder fast verloren was ist los so nicht ist wer alles war für mich eine Wunde hat keiner zu gehen in und ich weiß noch ein paar ich war zwei Fläte ist noch ein ich hoffe nicht doch ja kommen auch der sich mit 20 würde ich auch alle wegpusten und ich hab das was weiß er schon ein paar vorgebracht werden was über die M27 ja habe ich schon genau deswegen was spielst du euch gerade? Prozent XM 8a also stimmte er ist auch erst mal getötet ja und du bist keine Ahnung wie oft an die was geht mal eher einer Lappensneiber ein Blattet-Bettbewerb Hachach ich habe ein paar in Waren ich werde ich bei der Hälfte der Hälfte Geld und nur hat nein die Runde ist jetzt schon so schnell zu ändern hat heute bei der Brot nur ein Schwerpunkt bei jeder nicht mehr bei der uns vor Ort in einem Fall der Bühne nein 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 jetzt nicht sterben nicht sterben scheiße mal die zählte es ablässig auf den Kuh Oh nein, auch noch. Oh Gott. Das war's denn? Oh, okay. Nur 2 zu 2. Okay. Ja, okay, also. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, gebt mir ein Abo, besucht Andis Kanal. Ja.